Ja Leute, ich fliege am 18. August zum Zombie World Championship Event nach Los Angeles. Ihr fragt euch bestimmt, wie es zu dem Ganzen kam, vor allem nachdem ich ja auch sehr viel Kritik an dem Event geübt habe in der Vergangenheit. Vorweg für alle, die es nicht wissen, ZWC, also Zombie World Championship, ist ein Wettbewerb, der am 19.08. in Los Angeles stattfindet, bei dem vier Zombiespieler mit zwölf großen YouTubern um ein Preisgeld von 20.000 Dollar spielen. Diese vier Zombiespieler haben in den jeweiligen Wettbewerben zuvor in der jeweiligen Kategorie bereits den ersten Platz belegt. Ja, als das ganze Event anfangs bekannt wurde, war ich persönlich sehr gehypt und wollte unbedingt mitmachen, da es meiner Meinung nach damals eine gute Idee für die Community war. Leider gab es etwaige Probleme mit ZWC, unter anderem habe ich auch ein Video darüber gemacht, warum ich persönlich nicht mehr daran als Spieler teilnehmen möchte und warum ich auch es bereue, dafür Geld bezahlt zu haben. Falls euch diese komplette Hintergrundgeschichte interessiert, empfehle ich euch auf jeden Fall diese Videos anzugucken oder noch besser auf Twitter alle Diskussionen um ZWC zu verfolgen. Nachdem für mich eigentlich klar war, dass ich mit der Art und Weise, wie dieses Event dieses Jahr abgehalten wird, nichts mehr zu tun haben wollte, gab es auf Twitter vor einigen Tagen nochmal einen riesen Aufschrei und nochmal riesigen Beef. Und zwar wurde angeblich eine Frau zu dem Event eingeladen, die so gut wie keine Ahnung vom Zombie-Modus hat und darüber hinaus im Internet Nacktfotos und private Bildchen, wohl auch Streams und so für Geld verkauft. Daraufhin wurden sehr viele Supporter des Events sehr unzufrieden, da es in gewissem Maße einfach unprofessionell ist, ein Pornosternchen für so etwas zu nehmen, anstatt ein Mitglied der Community, das sich auch wirklich mit dem Modus selber auskennt. Bei diesem ganzen Streit auf Twitter kam es halt dann schließlich dazu, dass Leute meinten, warum sie nicht mich persönlich mitmachen lassen würden, wenn sie unbedingt eine Frau dabei haben wollten. Denn im Endeffekt habe ich mehr Ahnung vom Zombie-Modus als gewisse andere. Ja, das sind halt die Sachen, die andere Twitter-User von der Community auf Twitter gepostet haben. Ich habe halt daraufhin eben mit den Prozenten des Events geredet. Diese wissen auch, dass ich viele Kritikpunkte habe, denn auch wenn man auf mich zukommt, werde ich nicht meine Prinzipien hier über Bord werfen, nur um vielleicht mal kurz einen Auftritt in der Lage zu haben. Ja, im Endeffekt haben wir halt, nachdem wir halt miteinander geredet haben, die haben beschlossen, dass man diese ganzen Kritikpunkte, die auch ich angebracht habe, als Verbesserungsschläge für das nächste Setup, die wir sehen, nehmen möchte, da die Veranstalter das Event wohl einmal jährlich machen wollen. Und darüber hinaus werde ich dieses Jahr auch bei dem Wettbewerb am 19.8. vor Ort sein und auch präsent für euch sein. Ich meine, die ganzen Kritikpunkte, die ich geäußert habe wegen dem Event dieses Jahr, kann man jetzt sowieso nicht mehr erinnern, weil es ist ja mehr oder weniger schon vorbei. Also die ganzen Anfangssachen, das ganze Event am Anfang, die Qualifikationen, das ist alles schon vorbei. Wir können die Sachen nur nehmen, daraus lernen. Das habe ich auch gesagt, dass anstatt jetzt nur hier rumzubitschen und zu sagen, das Event ist scheiße, will ich diese Chance nutzen, um eventuell zumindest versuchen, das in die bessere Richtung zu drehen, so wie wir das von der Community halt gern haben würden, oder zumindest ein bisschen Input zu haben. Denn im Endeffekt denke ich, dass man mehr Input und mehr Verbesserungen leisten kann, wenn man an der Quelle sitzt, beziehungsweise wenn man mit den Leuten redet, anstatt wenn man nur auf Twitter rumbitscht. Ja, wie genau das Ganze am 19.08. mit meiner Mitarbeit aussieht, darf ich euch leider im Moment noch nicht verraten, da wir das Line-Up und die Ankündigungen nicht versauen wollen. Mir ist es wichtig, dass ihr wisst, dass ich den Flug und so weiter nicht bezahlt bekomme und ich habe das alles aus eigener Tasche finanziert. Die 15 Dollar, die man als Eintritt fürs Event zahlen musste, um sich eventuell zu qualifizieren, die gehen an andere Dinge, aber ich bekomme davon nichts ab. Nicht, dass die Leute jetzt meinen, boah, ey, sie hat sich nicht mehr qualifiziert und jetzt darf die da umsonst drüber fliegen. Nein. Ich sehe dieses Event zum einen natürlich als Chance für mich an, aber zum anderen geht es mir vor allem, wie gesagt, darum, Einfluss zu nehmen, um die zukünftigen Wettbewerbe besser zu gestalten und vor allem auch transparenter zu machen. Weil im Endeffekt ist es so, die großen YouTuber mit Invents, die gehen nicht weg, das werden wir nur noch mehr. Und wir müssen halt mit der Community einfach damit klarkommen. Und miteinander ist immer besser, als wenn man sich darum streitet, meiner Meinung nach. Ja, ich würde gerne Vlogs machen. Mal schauen, ob ich das dann kann. Aber das Problem ist halt, ich habe leider keine gute Cam. Ein bisschen überlegen, vielleicht finde ich eine Lösung. Aber, wie gesagt, mich würde interessieren, was ihr davon haltet, Leute. Wenn ich euch weitere Details geben darf, dann kommt es natürlich in einem Update-Video. Um nichts für diesen Event zu verpassen, rate ich euch, der Twitter-Seite von ZWZ zu folgen. Ich blende die jetzt gerade ein und ich packe euch den Link natürlich auch in die Beschreibung. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann! Tschüss!